Liebe Abonnementen, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Natürlich diesmal im Biddy-Niggi und mit einer kleinen Werbung für Kontrafunk. Denn die haben für uns gesammelt Aphorismen. Hier, ich habe mitgemacht. Der Kontrafunk, ein wunderbares Medium. Und hier steht's. Querdenker sind für mich keine legitimen Demonstranten, sondern Staatsfeinden oder eins. Verfassungsschutz beobachten alle. Sie verachten die Demokratie. Helge Lindh, Mitglied des Bundestages SPD. Was sonst? Wer hat euch verraten? Sozialdemokraten! Aber am Sonntag, 19 Uhr, aktuelle Kamera.